ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Wer macht's eigentlich? Ich hab's dir schon geschickt. 15 Jahre. Geht mich so an. Du bist trotzdem zu spät. Hier hat sich ein Forscher besonders hervorgetan. Durch die neueste Optimierung des DNA-Matchings haben Dr. Mortensen und sein fantastisches Team das Leben für unsere Donor-Scouts um einiges einfacher gemacht. Und jetzt einen riesen Applaus für unseren nächsten Ionian of the Year. Donation-Manager des Jahres. Max Thoma. Hier kannst du was sagen. Und jetzt rauf mit dir. Applaus 276 vermittelte Jahre. Und das Quartal ist noch nicht einmal zu Ende. Doch was viel mehr für Max spricht, ist sein Einfühlungsvermögen und seine aufrichtige Art. Spender, die von Max beraten wurden, wären fast immer bereit, ein weiteres Mal zu E.ON zu kommen. Vielen Dank. Applaus Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.